Die Monsters Die Monsters sind nicht nur eine der am häufigsten wiederholten Fernsehserien, sondern für mich auch ein Grundpfeiler unserer Gothic-Kultur. Die klassischen Vampir- und Gruselcharaktere wurden dabei ins moderne Alltagsleben einer ganz normalen Gesellschaft integriert und somit auch real und greifbar. Ich halte auch Yvonne DiCarlo in ihrer Rolle als Lilly für die Mutter bzw. Großmutter aller Gothic-Girls. Mika hat mir vor ein paar Tagen die komplette Serie geschenkt. Ich habe sie ewig nicht mehr gesehen und besonders geil ist auch die Titelmusik. Und damit habe ich mich den ganzen Vormittag beschäftigt. Wir beginnen mit einem einfachen, aber schicken 60er-Jahre-Rock-Lippen. Eine kurze Info für Musiker. Die eigentliche Melodie wird in E harmonisch Moll gespielt. Ich beginne dabei beim H, weil die Melodie ja ursprünglich für Bläsersätze geschrieben wurde. Sehr schick gespielt wird das Ganze in einem schnellen Allegro oder moderaten Vivace. Und nun die Melodie. eine kurze Info für Musiker wird in E harmonisch Moll von 이거는 von der Z-D-D-D-D-E-L-D-D-O-R-D-D-E. Schaut euch auch mal wieder die Monsters an.